Schnelle Google Maps Suche in der Adressleiste Wenn Sie die Suche nach einem bestimmten Ort immer in Google Maps durchführen und Firefox als Browser einsetzen, dann können Sie die Suche mit diesem Trick noch schneller bewerkstelligen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Suchfenster von Google Maps und wählen Sie als Schlüsselwort für diese Suche hinzufügen. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein und in der zweiten Zeile ein Schlüsselwort, z.B. Map oder noch besser M. Klicken Sie danach auf Hinzufügen. Nun müssen Sie noch die Eigenschaften des Lesezeichens ein wenig verändern. Dazu wählen Sie im Menü Lesezeichen aus und klicken darin mit der rechten Maustaste auf das soeben erstellte Lesezeichen. Hier wählen Sie nun Eigenschaften und löschen im Feld Adresse den Teil und Output gleich JS aus diesem Link. Abschließend klicken Sie auf Veränderungen speichern. Ab nun können Sie einen Ort in Google Maps suchen, indem Sie in der Adresszeile von Firefox M eingeben und dahinter den gesuchten Ort, z.B. M. Rom. Abschließend klicken Sie auf Veränderungen speichern. 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 Vielen Dank.